Hallo und herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute eine mobile Anwendung von Lernerfolg vor. Davon gibt es eine ganze Serie an Apps. Wir haben in diesem Falle Mathematik dritte Klasse. Die Anwendung kostet 1,79 Euro und soll den Schulkindern etwas interessanter die mathematischen Inhalte der Klasse 3 übermitteln. Es gibt hier gleich verschiedene Informationen, also Inhalte. Zum Beispiel ist mit dabei Kopfrechnen, Spiegeln, Multiplikation, aber auch Dinge wie zum Beispiel Urlesen, Rechnen mit Größen, oder Zahlen bis 1.000. Und mit der mobilen Anwendung soll es ermöglicht werden, den Kindern das Lernen etwas zu vereinfachen und zudem natürlich auch etwas Spaß dazu übermitteln, denn Handys finden natürlich viele Kinder in dem Alter cool und da sie vielleicht schon Anwendungen kennen, ist es natürlich schön, dass es da auch passende Lernanwendungen gibt, um das Ganze etwas interessanter und spaßiger zu machen. Schauen wir uns das einfach mal an. Es gibt hier zum Beispiel Rechnen mit Größen. Dort gibt es verschiedene Aufgaben, zum Beispiel hier oben wird immer von dieser Fantasy-Figur die Frage gestellt, fülle die Geldbörse mit möglichst wenig Scheinen und Münzen. Fülle 54 Euro in die Geldbörse. Dann nehmen wir mal einmal 50 Euro und dann noch zweimal 2 Euro. Das müsste dann ja stimmen. Dann gehen wir mal unten rechts hier auf den Haken und dann geht es weiter. Das gleiche mit 12 Euro in diesem Fall. Kann man ebenfalls machen. Weiter geht es. Und am Ende bekommt man natürlich auch eine Auswertung, ob es richtig ist. Wir packen jetzt einfach mal was Falsches rein und da schüttelt er oben auch direkt den Kopf und sagt, probier es bitte nochmal. Es gibt auch die Möglichkeit, das hier zu überspringen. Dort seht ihr auch noch ein paar weitere Dinge und am Ende bekommt ihr immer nochmal eine Beurteilung. Wir haben jetzt natürlich noch gar keinen Stern, weil wir es ja gar nicht richtig ausgefüllt haben. Wir zeigen euch noch einige weitere Inhalte. Zum Beispiel ist hier mit dabei Addition und Subtraktion. Multiplikation und Division ist natürlich interessant. Das Ganze immer wirklich kindgerecht aufgebaut. Ihr seht es hier zum Beispiel mit den Häusern und mit den ganzen Bildern. Das ist schon wirklich gut gemacht. Also das lässt das Ganze etwas interessanter wirken als die nackten Zahlen an sich. Und wenn wir hier nochmal durchgehen, seht ihr auch, dass es ein bisschen schwieriger wird auf Dauer und auch die Themen hier auf jeden Fall variieren. Und das war schon die mobile Anwendung von Mathematik dritte Klasse von Lernerfolg. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Auch der Tipp hier an die Eltern. Wenn die Kinder eventuell Probleme haben oder nicht so viel Lust auf Lernen mit der mobilen Anwendung, kann man das Ganze vielleicht etwas verbessern. Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.